Herzlich Willkommen zu einem weiteren Crazy Part von Batman. Wir sind ein bisschen zurückgesetzt worden. Seit dem letzten Mal war ich da eine Aufnahme-Pause machen musste. Und du spaßst dir jetzt die Fresse. Dankeschön. Dieses hatten wir ja schon mit den Todesbändern, deswegen... So... Gehen wir hier weiter. Okay. So... Ah, kann man da jetzt weggehen? Wie, die haben mich gesehen! So... Alter... Ich hab euch ein paar einfache Aufgaben gegeben. Trinkt Cash zum Ring, findet Doktor Yann und ihre Aufzeichnungen! Hat einer so gut in meiner Aufnahme geändert? So... Die stellten wir jetzt alle nacheinander aus. Er ist verschwunden! Oh Gott, er ist einfach verschwunden! Wie viele sind hier noch? Vier. Ich sehe aber nur drei. Okay, der letzte ist da. Das ist nur ein Traum voller Bücher! Wie schwer kann das sein? Ja... Trage diese Manschette, dann bist du sicher! Ja klar! So wie ich Joker kenne, steckt da ne Bombe drin! Ähm... Boah, das war knapp. Ich wollte ihn mir eigentlich gerade gönnen. Ähm... Wieso will Joker, dass ein alter staubiger Raum voller Bücher bewacht wird? Geil. Wir nehmen uns den. Was machst du da? Schme... Ah! Ja klar! Ja klar. Ja klar! Ja klar! Ja klar! Ich bin sicher, es kam von da! Den können wir uns jetzt nichts jetzt nehmen Jetzt komm näher, Junge Komm näher Dankeschön Nur noch zwei sind übrig Sorry, ich wiederhole nur noch einer Nur noch zwei und ich bin down Scheiße 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 Schnell BBB Geht schneller Den kann man sich noch nehmen Dann kann man sich den jetzt hier gönnen Komm schon her, du kleiner Ja Hey Geh von mir runter Hey Da oben ist jemand aufgestimmt Wie So Hat das nicht geklappt So Das war ein Fehler Oder vielleicht Schaller 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 Den 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 Nehmen wir den Okay Spasti Die hätten wir Wir brauchen Hilfe Ja Hier drüben Hier drüben Befrei uns Nein Danke Wo ist Dr. Young hin? Ich habe ihr geraten, sie soll abhauen Die Typen haben sie gesucht Ich habe ihr gesagt, sie soll sich im Büro verstecken Bewahrt sie da die Unterlagen auf? Vermutlich Sie wollte unbedingt rein Ihr Büro ist da drüben Wann war das? Ich muss ihre Aufzeichnung finden, bevor sie Joker in die Hände fallen 20 Minuten vielleicht mehr Was ist so wichtig an den Aufzeichnungen? Joker will sie haben Das macht sie wichtig Bleiben sie hier, ich werde sie finden Kein Problem, ich versuch's mit dem Funk Ich sehe nach, ob jemand da ist Gut, ab ins Danke für die Hilfe vorhin Mark im Aufsicht, könnt ihr mich hören? Das ist das Büro Ne, daher komme ich Hallo, hallo Bitte antworten sie doch Ist hier das Büro? Nö Da Zentralaufsicht, bitte melden Da Nö Nö Okay Hallo, hallo Falls jemand auf diesem Kanal kennt, bitte melden Akim Aufsicht, hört ihr mich? Over So Hier müssen wir lang Ja Du suchst selbst die Aufzeichnung im Bett? Na, wie Hügel! Während wir uns unterhalten, habe ich ein Team, das die Ärgerin verarbeitet Die quetschen die Formel schon aus ihr raus Ganz zu schweigen von der Armee von Clowns, die da alles auseinanderehren So oder so kriege ich die Formel Wieso gehst du nicht so Los, leg dich hin und still und endlich Sei dein bester Freund Das ist falsch Hä? Achso, da vorne ging es gerade aus Hier Achso, da vorne ging es geradeaus Und äh Hier Ah Die ist zu Und hier ging es jetzt nicht irgendwo lang Zu nach da Bin ich mir da jetzt sicher? Nö Wusste ich doch, dass hier irgendwas ist Nicht umsonst ist da so ein Gitter Ja Sie wird sich nicht öffnen Wartet mal, ich glaube ich hab Das hast du vor 10 Minuten gesagt Du kannst es ihm sagen, ich werd's nicht tun Ich krieg's jede Sekunde auf, dann Wer ist hier? Der muss als erstes ausgeschaltet werden Alter, fick dich Komm Nummer 1 Was ist passiert? So Jokers Schläger versuchten in das Büro zu gelangen Sieht aus, als konnten sie nicht durch den Haupteingang hineinkommen Ich muss einen anderen Weg finden Der war markiert Dieser nette Weg Da ging mein Handy an Mal zu gucken, wie lange wir noch haben So So Jemand ist schon am Safe gewesen Die einzige Frage ist jetzt, wer ihn geöffnet hat Kein Zeichen eines gewaltsamen Eindringens Wer immer hier reinkam, kannte die Kombination Wahrscheinlich Dr. Young, ne? Mal sehen Mal sehen Gut, Dr. Young hat die Aufzeichnung vor Joker gehabt Sie hat sie irgendwo versteckt Ich folge ihr und finde raus, wo sie sie aufbewahrt So So Dann scannen wir ihre Abdrücke Und folgen denen nochmal Oracle Ich bin Dr. Young auf der Spur Ich hab den Scanner so eingestellt, dass er nur die aktuellen Fingerabdrücke zeigt Folge ich denen, finde ich sie oder die Aufzeichnung Ich hoffe es klappt Nur dass du's weißt Das GCPD hat im Zentrum eine von Jokers Bomben gefunden Sie war voller Marzipan und Kätzchen Wie ich dachte, das war nur ein schräges Ablenkungsmanöver Die richtige Action gibt's in Arkham Hm Hier geht's nicht weiter Gibt's hier irgendwo vielleicht noch einen Weg Wo eine Riddler Trophäe sein könnte Da Ne Schade Halt still während ich dein Gesicht in den Halt still während ich dein Gesicht in den Alter Fick dich Junge Da ne Mies Hier ist so lang Was steht da? Tonbanding Wir sprechen Nummer eins Der Patient wurde nach dem Vorfall mit Dr. Bari an mich überwiesen Er hat anscheinend einen Zusammenbruch erledigt Der große Detektiv hat also nur 10% meiner Aufgaben erfüllt Bist du bereit aufzugehen? Guck mal, kann ich ja durchfucken Gut Hier ist sie durch Und dann? Dann keine Spur mehr Das gefällt mir nicht Aha Da lang? Ja Gut Gut So Wie es bei Dr. Young und so weiter geht Seht ihr in der nächsten Folge Bis dahin bleibt Crazy Und schüssen